das hat mich jetzt überrascht so auf dem Weg zu der Mission haben wir einmal das hier und einmal das hier passt ja mit dem Auto wird es ein bisschen schwer aber machbar aber machbar mal schauen das hat mir wirklich mal so ein Rennen gemacht haben da ich bin schon gespannt das nächstes mal mit dem Auto wenn wir da irgendwie Driftpunkte zusammen kriegen müssen da bin ich gespannt da bin ich gespannt wie das sein wird alles voll wieder knapp Wahnsinn geiles Gefühl geiles Gefühl bist du teppert heftig Alter wenn der der gibt da oben noch da so oben noch so hardcore mies Gas jetzt musst du auch so vorstellen wenn der Nito drauf hat leck mich fett und dann wenn er noch schneller ist Alter bist du teppert und dann der 400 plus oh mein Gott der 400 plus zerstört sowieso alles der 400 zerstört sicher alles was geht alter bist du teppert aber wir brauchen sowieso so viel wie es geht so viel money wie es geht damit mir auch ein gescheites einkaufen können und ich würde da wirklich gern das Außen von dem Fahrzeug auch ändern nicht dass man einfach sagt ja okay jetzt kann ich mir wieder das kaufen nehmen sie da lieber das billigere Zeug oder dieses oder so na das will ich nicht hören wir haben eh jetzt schon wieder 100 1000 da sollte doch wenigstens ein bisschen was machbar sein 100% da muss was machbar sein 100% na gut wieder gegen die Ghosts wieder gegen die Entwickler perfekt let's go weil ich habe ich habe eh schon gedacht gehabt das ist ein Havara das ist kein Havara von mir weil das kann kein Havara von mir sein wegen einem Namen das geht nicht so haben sie sich wahrscheinlich einfach die Entwickler sich genannt damit sie auch so quasi so Havara Style sich genannt haben sowieso hätte mir aber auch gleich am Anfang anfallen müssen also also teilweise wenn man da so die ein oder andere Folgerung von mir hört ich bin deppert irgendwie habe ich so das Gefühl glaub mir ich bin klug glaub mir auf die da die bei zu das mit dieser geförter morgen es muss doch mal so scharf nehmen können wir sind so schneller und alles drum und dran manche kuh weiter manche können jetzt sowas von die kurven die morgen haben die ich habe ich glaube so geht es geht sich auch viel